On Air, glaube ich, hoffe ich. Ja, liebe Schi-Challenge-Gemeinde, nachdem ich dreimal Sonne gezogen habe für die vergangenen Rennen, ist es jetzt so, dass ich mir auch Verstärkung geholt habe. Ecibeci, warte, das kann ich auch. Freundin Gwinna ist dabei und zieht aus unserem Supertopf, na, 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 na. Wir machen es doch spannend, wo wieder drei Wetterbedingungen drin sind, die rausgeputzelt sind. Das Wetter für Bengen am Donnerstag. Langsam, langsam. Ja, mit ganz viel Spannung. Achtung, das muss man ja auch sehen können. So, los geht's. Aufmachen. Spannung. Na, Leute, das hatten wir gestern. Neuschnee, wie schön. Also, das Rennen als Gegencheck machen wir nochmal das Wetter, was es nicht gewesen wäre, nämlich nicht Eis und auch nicht, jetzt haben wir nur noch einen drin, auch nicht Sonne, sondern wir haben Neuschnee. Jo, ich übergebe den Staffelstab jetzt, äh, direkt weiter auf diesem Kanal an Civato, der das, äh, Viertelfinale für den Short Race Cup jetzt gleich beginnend, äh, auslost. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis nachher. Tschüss.